Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht rauf. Hey, hey, cool bleiben. Ich fühl dich total zugedröhnt. Hey, heute Nacht... ...beabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Da können wir reden. Wie viel würdest du dafür? Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer ein ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuleuten. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaadlerblut in Wolle. Silverhand? Hey, scheitern! Bring uns in die Luft. Hier, setz das auf. Und nimm es nicht ab. Klar? Die Häfen brennen. Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Kuh und Söhne. Was da draußen abläuft. Haben wir das? Journey's Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wale kriegt, weg vom Tower. Sind die Konaterralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbiss herunter. Zieh dem Reich weiter. ? Das ist der Weg mit diesem Scheiß so leide! Falt dich fertig! Ah! Johnny, keine Ahren! Geh zum Übernehmen. Los, los, los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020